Das war der Satzball zum 2 zu 0 für Philipp Zipin. TTC Weinheim zu Gast im Campbell-Dom in der Veldrich-Oberfranken. Sieht eng und schlecht aus. 1 zu 5 liegt da hinten. Bis 6 geht es. Also darf Kuhmann hier nicht verlieren. Der führt 2 zu 1 zu setzen. Gegen Laurens Gewoß. Er spielt mit einer Behinderung. Die ist für den Laien gar nicht so einfach zu sehen. Macht ihn aber stimmig recht gut in einer Behindertenklasse, in der er die Nummer 1 der Welt ist und Weltmeister. Und Philipp Zipin schlägt auf. Träger Satz. Ali Kola. Kuhl! Mehr davon auf die Buch. Stativaufnahme. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN